Drei, Zwo, Eins und... Wie geht's? Warum habt ihr nicht bis selber noch voll gespielt? Das hört man am Ton. So, jetzt möchtest du wissen, wie ich nominiert habe. Also ich nominiere Landrat Christian Bernreiter. Dann den CSU-Fraktionsvorsitzenden Paul Linsmeier. Und, last but not least, den Präsidenten der Hochschule, Peter Sperber. So.